Fuck. So. Viel Glück Seppo. Dazu gehör noch hinter Marcelinho, ey. Ich kann kotzen. Okay. Es tut mir leid, das war so. Ich guck einfach keinem mehr zu. Ach komm. Seppo Marcelinho hat schon zwei in der Tasche, ne? Marcelinho, Slime müssen noch nachlegen, ganz klar. Scream wird auch nochmal. Was zeigen, wir gehen mal rüber zum Ferrari, also. Nein! Boah! Und jetzt ist er raus! Boah, wo wollte er denn hin? Wen hat er denn da gesehen? Hat da einer gewunken von der Seite? Absoluter Wahnsinn. Du machst Nino jetzt, Hotlab. Fährt da ran an McDrive-Schalter mit 300 Sachen. Pure Sache, äh, purer Wahnsinn wirklich hier. Und das auch noch. Als Ferrari-Pilot, dann haben wir kein Ferrari in Imola, also im Q3. Reiner. Jo, ich werde von allen weggedeift. Was? Sie hat mich abgeschossen? Ja, Pet, überhol mich doch da an meine Fresse. Vielleicht macht er einen Fehler an den Platz. Können wir das noch zurückholen. Wir haben zwei Verwarnungen, weil ich beim Anderen ist so weit weg, wenn eine Mercedes. das kona kona das schön ist auch so gute fahrrad mal fehler machen geht man gleich eine runde zeit durch die du fährst ja das weiß gerade eine 19 6 um gott macht den linien gemacht und selbst die kurve zwei sekunden weil mein reifen lockiert ist und beim anbremsen egal das ist so dumm was hätte ich machen sollen sehr ehrlich ich habe das ja genau gesehen kann auch gesagt muss das sein alter ich wollte ihn halt nicht drehen deswegen musste ich halt dann das war nicht deine schuld ja sie macht nämlich gleich die wohnung und dann musste die szene reinschneiden und wenn über beleidigt kann ich nicht rein schneiden sorry wahrscheinlich ich mag gegen petten überholmanöver ferrari masterplan ja gegen petten steckst du easy in die tasche der ist besoffen ja steckst du in die tasche petwerfer muss aufpassen der guckt jetzt hier gleich im rückspiegel und sieht dann den selbst ist nicht irgendwer der gute mann kann erfahren und jetzt dreht er sich wo er gerade genug wird das auch noch hier in imola im wohnzimmer von ferrari muss zurück auf die 12 und das ist schrecklich absoluter wahnsinn war gerade dran ja genau das zeitstafel genau bin noch so ein idiot kommen ja kuner die vorbei und die strecke ist so ekelhaft vor allem muss rossel zu wollen was ein lukas ruhe muss auch eine box mit 15 16 20 Sekunden vom Feld entfernt gebrochen einen kleinen schlag bekommen hat zwei plötzlich verloren also da knallt gleich wahrscheinlich ich habe noch eine kohle glaube ich habe sich das in ein du würdest nur von ihm finden ist ja dann abfahrt bis das gibt es gar für dich nicht du bist der einzige mediums da vorne besser geht es nicht gehen sie wird aufgaben oder soll das alles schon mal die videos hier zusammen ja ich drehe mich ja musste aufpassen abfahrt weiter geht's ja ach komm da wirklich drei sekunden ich konnte seppo da ist nicht die boxen einfahrt komm mit keine fünf sekunden holen zehn sekunden bekomme ich eh nicht ab erkannt dagegen kann nichts für obersteward ist in der party sehr sehr unnötig natürlich nicht ach maul die ist diskoniert oder ja drei sekunden kann man sich aber erkennen lassen oder eigentlich nicht wo noch nie gemacht dann wird es mal zeit wo ist dabei die proxima Was ist passiert? Bist du in Ordnung?